Herzlich Willkommen zu diesem neuen FIFA 16 Trading Tip. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr mit Positionswechselkarten 100 Münzen Gewinn machen könnt, also pro Karte. Und in diesem Fall suchen wir ZOM zu Mittelstürmerkarten und ihr könnt ja sehen, dass die alle schon bei der 55. Minute sind. Das heißt, es gibt jetzt keine Karte, die jetzt irgendwie in einer Minute ausläuft und das ist eben auch der Trick an der ganzen Sache. Ihr könnt das natürlich auch mit anderen Positionswechselkarten machen, die eben auch sozusagen nicht direkt ablaufen, sondern von denen gar nicht mal so viele auf dem Markt sind. Also das ist ganz, ganz wichtig. Das sollte ungefähr so aussehen wie bei dieser Karte. Und deswegen machen wir das heute auch mit der ZOM zur Mittelstürmerkarte. Die kaufen wir eben für 200 Münzen jeweils und stellen sie dann einfach für 300 Münzen wieder auf den Transfermarkt. 5% EA-Gebühren müsst ihr natürlich auch noch abrechnen, aber das ist bei so einer Coins-Höhe, Coins-Menge gar nicht mal so viel. Und von dem her ist es auf jeden Fall eine richtig starke Methode, muss man sagen. Vor allem, weil man halt wirklich pro Karte solide 100 Münzen macht. Und wenn man das eben mit 10, ähm, mit 10 Münzen, alles klar, mit 10 Karten macht, dann hat man direkt 1.000 Münzen. Und wenn man es dann eben mit 100 Karten macht, was eigentlich gar nicht mal so lange dauert, hier habt ihr gesehen, das ist sau schnell gemacht. Ähm, dann habt ihr einfach direkt mal 100, äh, nicht 100.000, sondern 10.000 Münzen Gewinn. Und das ist, denke ich, gar nicht mal so schlecht. Und ja, ihr könnt hier direkt sehen, nach einer Stunde haben sich auch direkt, glaube ich, alle verkauft eigentlich. Ähm, auf ein paar Karten wurde auch geboten, aber die meisten, könnt ihr hier sehen, wurden direkt per Sofortkaufpreis geholt. Und ja, Freunde, dann war es, denke ich, auch schon wieder mit dem Trading-Tipp. Ich bin immer noch ein bisschen im Stress. Ähm, wenn ihr das Video seht, bin ich wahrscheinlich gar nicht zu Hause, aber hier muss ich erst mal schauen. Und ja, Freunde, ihr könnt auch gerne noch den ersten Link in der Beschreibung abchecken. Dort geht es zu meinem Partner MMOGA für richtig günstige Coins im Moment. Und ja, bei Twitch könnt ihr gerne auch noch vorbeischauen, dort streamen mich immer. Und ja, Freunde, dann war es das mit dem Video. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und sage auch schon wie immer, ciao Leute, FIFO! FIFO!